War noch mal das Ding, das war draußen, oder? Warnung! Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Da jetzt noch mal schnell hin und basteln uns ein paar Sachen, ein paar schöne Sachen. So, wie sieht es denn mit der Munition aus? Wir wollen ganz ganz drängend, wir haben sieben, das heißt für die Showpatronen. Und danach ist dann schon der Feierabend. Das ist jetzt erstmal richtig. Das brauchen wir nicht. Na gut, dann geht es hier nicht weiter, dann müssen wir tatsächlich nach oben gehen. Es gibt ja zwei Wege, da geht es auch noch hoch. Einmal von der anderen Seite, ich glaube, ich nehme die Hälfte. Warnung! Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort. Aber das kann ich vergessen. Die Sau hat ja alles unter Strom gesetzt. Und dann geht es um die Hälfte. Evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Zu dem Scheiß komme ich leider nicht mehr, weil er da im Lung-Experty-Stuff ist. Da ist noch irgendwas. Ja, unten, da war ich noch nicht, oder? Da war ich noch nicht dabei. Genau, da wollte ich noch rein. Ja gut, dann gehen wir jetzt doch erstmal in den Gang hier rein. Ich scheint auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu sein. Oh, das habe ich sogar, 4-2. Warnung, Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Danke für diese wertvolle Information. Ach nee, Moment, jetzt habe ich ja den Satelliten erklärt. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja hier eigentlich Dingsbums machen. Wo ist es denn hier? Ähm. Starter? Nee, Flieger. Irmertag. Starten. Deluxe. Notrufbrücke. Sieht, hier spricht Captain Hale, Shuttle Exalt. Ich versuche, die Brücke zu erreichen. Keine Antwort. Bitte bestätigen. Ich habe einige Systemfehler. Ist flächendeckend. Er gibt irgendwie keinen Sinn. Ich muss sofort landen. Ein Sicherheitsteam wäre gut, wenn ich reinkomme. Ich höre Geräusche in der Kabine. Scheiße, was ist da los? Ach, das ist der Typ gewesen, der... Warnung! Seine Verwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Das ist doch gar nicht das Neue gewesen. Das ist doch... Ich habe da gerade gesehen, dass da irgendwas auf mich zukommt. Das ist neu und sonst ist nix neu, oder? Ne. Kommt, da ist der Alptraum, oder? Das ist der Alptraum. Scheiße, Kacke. Weißt du im Moment nicht, wie er zu mir kommt, oder? Das ist der Alptraum. Warnung! Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Was war, als wäre ich hier schon mal gewesen? Wenn ich hier für Hebelkraft 3 brauche. Wenn ich hier Okay, dann müssen wir das doch jetzt endlich mal lernen, scheißen Dreck, ich habe gedacht, dass ich mich dagegen wehren kann, aber wir haben genug noch mal. Warnung, Sauerstoffversorgung defekt, bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Escape-Port, Evakuierungsroute. Geht's denn jetzt hin? What the fuck? Warnung, Sauerstoffversorgung defekt, bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Hallo? Kann uns jemand? Ich bin mit Emanuela de Silva in einer Fluchtkapsel. Wir stecken in der Startröhre fest. Die Luke an der Außenseite sollte bei der Einleitung des Starts der Kapsel abgesprengt werden. Aber die Bolzen hatten eine Fehlfunktion. Können Sie uns helfen? Sie müssen rausgehen, um die Luke von außen zu entfernen. Ich verlange viel, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Abwarten und verhungern wahrscheinlich. Hinter der Abdeckung ist ein Überbrückungsschalter, um einen Kapselstart zu erzwingen. Aber drücken Sie den nicht, bis die äußere Luke geöffnet ist. Sonst werden wir in Stücke gerissen. So, ich mach das jetzt glaube ich manuell, bevor ich da wieder nur Scheiße bekomme. Das sind... Bayer, haben Sie das gehört? Ja, hab ich. Schicken Sie einen Operator. Das tue ich gerade, Nils. Er reagiert nicht. Keiner reagiert. Scheiße. Waren das diese Dinger? Haben die die Luft abgeschaltet? Ich weiß es nicht. Ist aber doch auch egal, oder? Ich meine, wir haben noch Stunden lang Luft. Nein, Nils. Das System arbeitet umgekehrt. Es entzieht der Luft Sauerstoff. Wir haben... 10 Minuten. Maximal. Was? Mama? Okay. Ich mach hier mal einen ganz kurzen Card. Weil ich denke, dringendst mal auf... äh... auf den... aufs Töpfchen muss. Okay. Ich mach hier mal einen... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist mit den Kapseln los? Ich... Ich weiß es nicht. Was meinen Sie, Sie wissen es nicht? Es ist Ihr Job, es zu wissen, verdammt! Sie haben sie geprüft, richtig? Ja. Warum zur Hölle funktioniert die Startsequenz nicht? Ich weiß es nicht, Drew. Tut mir leid. Was ist mit Ihrer Kapsel? Öffnen Sie sie! Das... Das geht nicht. Was wollen Sie damit sagen? Die Bolzen der äußeren Luke haben fehlgezündet. Wir stecken in der Startröhre fest. Sie haben auf niemanden gewartet, Sie Vollidiot! Ich hoffe, Sie verhungern da drin! Okay, äh, somebody ist pisst. Äh, hallo. Jetzt mal eine Shotgun. Ah, er hat es nicht reingeschafft. Aber er wurde auch von den Nimix-Reuern gegrillt. Also? Menge Scheiße drin. Das geht nicht mehr. Was hier, Unlucky? Komme ich da irgendwie rein? Warnung! Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Okay. Okay. So. Ich will mich in was Kleines verwandeln, aber... Dann da wieder raus. Wie wertvoll ist es da jetzt ordentlich dran, um sich darüber den Kopf zu zerbrechen, da reinzukommen. Dann machen wir da unten mal noch die Tür auf. Warnung! Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Ah, hier ist die Wartungsschleuse. Okay. Okay, ich muss noch mal ganz kurz gucken, was der Typ überhaupt von mir wollte. Tja. Kann man sich das Gespräch nochmal anhören? Ne, kann man nicht mehr, ne? Zugangsstatten, Pläne, Forschung? Ne. Ne, ne, ne. Ne. Ich habe mir selbst die Amazon... Ne, das ist... Man kann immer nur sitzen mit einer Vogelkapsel fest, die nicht gestartet ist. Außenluke, der Startrohre klemmt. Wenn ich auf die Außenseite der Station komme und die Lücke absprengen, kann die Kapsel manuell gestartet werden. Ich sprengen die Shuttle... ... die Kapsel von der Außenseite der Station ab. Oh, da war doch irgendein Haken. Da war doch irgendein Haken. ... ... ...